Ich ziehe meine Ski nicht aus. Ich bin zum Skifahren da. Servus Leute, grüß euch. Herzlich willkommen bei einem ganz besonderen Video. Bei mir ist die Pinke, die pinkt ab ihr Leif. Nein, aber nicht nur deswegen ist es ein besonderes Video. Wir machen ganz was einziges, und zwar ein Skifilm wird es nächstes Jahr geben, der am Kanal erscheint. Und sowas gibt es glaube ich nicht, dass in der Produktion direkt mitgenommen wird. Und das machen wir. Wir kombinieren das mit einer Skitour auf einen richtigen Klassiker. Da oben ist das große Moos am Mandel, der zweite Text der Gipfel der Rottstädter Dauern. Ziemlich steil ist und hinter uns ist noch der Neumann Chris und der Max sind auch dabei. Ja, und richtig lässig. Die letzten Meter geht jetzt hier rauf. Wenn sie das nicht verpassen wollt, drum bleiben. Viel Spaß. Beste Kapperl hast du nicht? Ja, heute sind wir alle fest. Da haben wir eine Capri-Sonde auch dabei. Capri-Sonde, genau. Weil Pink ist eine neue ULV. Ja, und eines merkt sich, Outfit ist alles. Wir sind jetzt schon vorzügig zur Jakobalm. Ob da wird noch keines Gelände frei. Die Sonne ist schon raus, wie der Bomben dort heute. Grüß euch. Ich bin die Skotengurl. Vor allem bin ich im Moment, denn heute sage ich euch einmal mein wahres Ich. Es gehört mir Pink ins Leben. Frühlingsgefühle, Frühlingsgefühle. Servus. Den Berg gibt es nicht, den ich nicht auch klemmen kann. Genau. Und deinen Mann gibt es auch nicht, vor dem ich Angst habe. Du hast ja gar kein Moos am Mandel. Ja, gar kein Moos am Mandel. Ja, da vorne sind wir herzen raufgekommen. Die Winterspur geht normalerweise drüben rauf. Da wo wir herzen sind, und das ist der Sommerweg. Da geht es da rauf. Die drei kommen gleich da her. Und du hast einen traumhaften Ausblick aufs Ödenkoal drüben. Weißekumme und die ganzen Zederhäuser Hausberg. Da drüben. Zwillingwand. Ein Traum, muss man da dazu sagen. Ein Traum. Schon gewaltig. Nicht so geil. Nicht so geil. Du musst nicht aufpassen. Ja, jetzt schon in der Gipfelflanken sind nicht mehr so viel Höhenmeter. 240 genau an der Zahl. Wird immer steiler, hört es dann da rauf. Sehr schön. Spitzkernmassake rauf. Ja, also wir sind da jetzt beim Skidepot. 2600 Meter. 75 Kilometer noch auf den Gipfel rauf. Und jetzt geht es da steil drüben rauf. Ich habe aber vor, dass ich es fahre auch noch. Das ist ja eine Skitour. Skitour. Nein, nur zweckste Aufnahmen. Ja, Bianca, du schaust schon gewaltig aus. Tiger Lily, Bornostyle. Hör, gehen wir steil. Alter, ist das Mos am Mandl. Wir haben auch Bornostyle. Ich werde jetzt zwei Mal mehr Foto machen, dass ich euch fahre. Habe ich die Ehre. Mit einem pinken Pickel kann ich es schiefgehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, sehr gut. Sehen wir. Hier ist ein Bergheil vom Mos am Mandl. Da hinten raus geht es eben Flachartal. Hinter dem Max geht es zum Dochstau um. Niedere Dauern. Nockberg um. Weissegg. Hache Dauern. Und der Neimo. Und der Neimo. Geschätzter Ausblick. Wahnsinn. Hinter dem Neimo eine Fallkugel. Gewaltig. Er ist schon gewaltig. Gewaltig. Heute haben wir ein bisschen auf Farb geschunden. Bist du brown, kriegst du Frauen. Was sagst du dazu? So, bitte. Meine Muster dürft ihr abgestanden. Gleich wird er erarbeitet. Mit meinem Arzt sage ich nicht. Er ist noch härter erarbeitet. Ja, ich sage euch mal. Wir sind halt einfach die Gäste. Zumindest die Aufmerksamkeit. Schöne. Schöne. Es ist ein Vier-Punkt-Halle. Es gibt zwei Vier-Punkt-Halle. Also, ja. Es kann nicht. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's, was ich da. Ja. Das Stützen war blöd. Nein, echt. Ich weiß. Geht's, oder? Ja! Ich ziehe meine Ski nie da aus, ich bin zum Skifahren da. Was sagst du? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was ist das? Ich ziehe meine Ski. Ich ziehe meine Ski. Ich ziehe meine Ski. Ich bin jetzt auf dem Video drauf. Aber du kannst jetzt auch noch offiziellen sagen, ich darf die eine nehmen. Ein viele Momente, schneid mir bitte eine. Jawohl, passt. Ja, passt. Wer kann, dass ich auch was habe. Okay. Jetzt kommt der Kabel. So, jetzt hört ihr von Kotengal einmal das Arscher. Was geht schon, was ist jetzt? Die Startränger. Aufpassen, viele Steine. Was macht mir den Popo? Oh. Oh, oh. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Cool. Steiler. Wow. 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 So, avoid jemand. I keep holding Helen in. Ha. Weeeee. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das ist echt geil! Das ist der Siergstar. Vielleicht sind das zukünftige Sponsoren. Also falls die zwei Bierfirmen, also Stiegl, Privatbrauerei und Gösser gehören zu einem Konzern dazu. Ihr könnt euch jetzt noch entscheiden, wer uns sponsert in Zukunft. Wenn ihr Lust habt, Kontaktdaten einfach in der Kanalbeschreibung. Unabhängig vom Bier, das jetzt sehr gut geschmeckt hat, sowohl Stiegl als auch Gösser. Machen wir jetzt ein Resümee, weil wir gerade so beim Krepppankln sind. Gerade gemütlich im Zederhaus. Bosner war auch gewaltig gut. Ja, der war super. Aber noch gewaltiger war die Ski-Tour aufs Mosermandl. Ja, der war richtig lässig. 1350 Höhenmeter ungefähr. Wir haben einen mega Gaudi gehabt und wir haben uns voll gefreut. Über jeden Einzelnen, der uns angeregt hat. Weil wir haben heute echt einige bekannte Gesichter getroffen. Also wir haben ihn nicht viel gekannt, aber auch uns haben wir ihn viel gekannt. Und das hat uns voll gefreut. Zum Mosermandl selber rauf. Teilweise ab und zu ein bisschen lavenös. Wo man echt aufpassen muss. Es braucht sicher eine Verhältnisse. Im oberen Bereich darfst du nicht stürzen. Weil unten nachher noch ein Felsabbruch ist. Und unten raus war es auch eine richtig chillige, gemütliche Firnappfahrt. Wir haben uns echt ganz gut erwischt. Der zieht im Endeffekt. So schaut es aus. Geil war es. Ja, gewaltig. Fein. Voll fein. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Da lasst es nicht vergessen. Und pink up your life. Ja, so schaut es aus. Und lasst ein gewaltiges Kanal Abo da, wenn ihr den Film nicht verpassen wollt. Weil wenn ihr den verpasst, dann verpasst es wirklich etwas, was euch ein Leben bereichern könnte. Definitiv. Oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fix. In dem Sinn, Bergheil bleibt's geil. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Fiat euch. Servus.